Ja, und wir haben auch die nächste Neuverpflichtung zu vermelden. Vom französischen Zweitligisten DCO Dijon kommt der ivorische Nationalstürmer Rouchi Asali zu uns. Mit 28 Jahren ist er ja im besten Stürmeralter. Er kommt zu uns auf Leihbasis mit anschließenden Kaufoptionen. Und er ist nicht nur ein richtig toller Stürmer. Aber ich habe gerade eben mit ihm Butter bei die Fische gesehen. Und er hat so eine herzliche Lache an sich. Er hat so eine herzerfrischende, wundervolle, humorvolle Art und Weise an sich. Die ist einfach ansteckend. Und ich kann nur sagen, er wird das Herz von uns im Sturm erobern. Ich bin davon überzeugt. Und Leute, wenn ihr das Butter bei die Fische mit ihm noch nicht gesehen habt, schaut da unbedingt rein. Ihr werdet mega viel Spaß haben. Das ist wirklich, ja, das war gerade eben richtig mit ihm gesehen. Und es ist einfach nur toll. Es ist richtig, richtig toll. Butter bei die Fische mit Rouchi Asali. Und Rouchi, herzlich willkommen bei uns Veteranen. Und ich wünsche dir bei uns viel Spaß und viel Glück. Und ich melde mich wieder am kommenden Sonntag vor dem Spiel gegen Hansa Rostock. Bis denn, ciao. Ciao.